Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei LK Play 87 auf der Rehbach. So, wir fahren jetzt schnell auf das Feld von der Mission, und zwar da schnell zum Kressen. Und zwar müssen wir das nämlich alles in Silage einpacken dann, Silageballen, und dann abtransportieren. Jetzt müssen wir nur noch später schauen, wohin wir das transportieren müssen. So. Ja, die letzten zwei Folgen waren natürlich wie immer sehr, sehr, sehr anstrengend. Da hat mich das aufgeregt mit den Kabeln und alles. Aber, die erfreuliche Nachricht ist, wir können das durch das Telefonkabel ziehen, also durch diesen Kanal. Da wird das Telefonkabel dann durchgeschnitten oben, der Rest wird rausgezogen. Und dann haben wir eine perfekte Verbindung nach oben. Da können wir das dann am Router befestigen, und somit haben wir schon mal einen Platz. Ne, ich glaube, da wird auch jemand gesehen, dass er kommt. Nein? Ja, jetzt ist er okay. Das ist ein bisschen blöd, gell, hier mit dem Ding. Jetzt muss es eigentlich klappen. So. Gut. Weil nämlich oben mein Router steht, da können wir es dann verbinden. Das Netzwerkkabel ziehe ich runter in den Keller. Davon geht es dann runter in den Zockerraum. Und von da hin kommt es in so ein Port rein. Ein Switchport oder wie man das nennt. Und dann... Das muss ich nur mal schnell gucken. Okay. Ranschalten. Gut. Sehr schön. Ganz kurz. So, mal schauen. Das muss ich ja dann selber aktivieren. Ja, ich glaube schon. Na gut, das sehen wir gleich. Aber das sehen wir gar nicht den Füll... Ah doch, das sehen wir den Füllstand. Okay. Wäre natürlich besser, wenn es 100% wäre. Hört mir gerade auf. So, was muss ich denn da jetzt drücken? Das hier oder was? Nee. Ah, okay. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, okay. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Ja, und dann haben wir endlich das Kabel nach unten für die zwei PCs verbunden. Und dann lässt sich das alles besser zum Kind. So. Kann ich denn jetzt schon weiter? Ah ja, okay. Ja, wir fahren jetzt erstmal hier so entlang. Macht er das jetzt automatisch oder macht das Sinn? Automatisch anscheinend ja schon. Okay. Ja, doch. Ja, am perfekten Tag und kam es super geiles Wetter. Vorwärtsfahrt. Okay. Das sieht doch eigentlich alles perfekt aus. Wo ich habe überall immer noch ein bisschen... Besser wäre natürlich, wenn man das irgendwo sehen würde. Wie viel Prozent das wäre. Ich habe zwar hier so eine komische Anzeige auf meiner Ballenpresse. Aber der Füllstand lässt echt zu wünschen übrig. Ich tue mal schnell hier was rumbasteln. So. Dann würde ich das hinzufügen. Der ist Design. Ne, wollen wir nicht. Ich möchte das bearbeiten. Aha. Füllstand. Ebene ändern. Natürlich wäre cool. Füllstand. Mit Prozent wäre natürlich super. Füllstand. Füllstand. Hallo. Kann man das nicht irgendwie rüberziehen? Ne. Okay, okay. Ach, das sind jetzt nur die... Oh, jetzt habe ich irgendwas. Jetzt habe ich irgendwas drückt, was nicht so gut war. Ist egal. Ist egal. Komm, wir gehen jetzt raus. Zack. Zack. Ich muss einfach bestätigen. Dann fahren wir einfach mal so weiter. Egal. So. Dann kommen wir hier noch ein bisschen zurück. So. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen zurückfahren. Ja, doch haben wir die Mission wahrscheinlich jetzt in dieser Folge schon abgeschlossen dann. Achso, ja, genau da bin ich stehen geblieben. Perfektes Wetter. Wird nur schön aus dem Garten gemacht. Das war natürlich... Perfekte Mio. Das Wetter hat echt dazu eingeladen. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Kommen wir da rum. Das können wir noch eins... Ah, komm. Ich bin in der Gläswellung gefahren. Und dann... So. Ein bisschen Gas geben. Und nun... Wallach. Ja, warte mir mal, bis es zu ist. Und dann fahre ich weiter. So ist es, glaube ich, besser. Ja, ich habe schon gesehen, von der Qualität der Videos wird es auch immer besser. Das ist natürlich... Also von der Videoqualität. Das andere, das lässt mir ein wenig zu wünschen übrig. Uppala. Aber das kriegen wir alles hin. Jetzt müssen wir eben mal gucken. Ich habe ein bisschen im Pedo, dass wir einen Hühnerstall bauen. Und zwar aber ein Los, also einen freien Hühnerstall. Wo die Hühner ein bisschen rumjumpen können. Und... Das werden wir natürlich... Ja, mit Weizen ein bisschen voll machen. Das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Aber da können wir mal auf jeden Fall schauen. So. Bleiben wir mal da stehen. Oh ne, da war ich noch ganz jetzt. Sehr schön, sehr schön. Schade, dass man diesen Füllstand... Dass ich mir das nicht auf der... Ich glaube, da bin ich aber schon... ...deutlich drüber, gell. Oh, das hebt er sich hoch. Okay. War nicht so perfekt. So, da kann man schön vorbei. So, die Bahn noch mitnehmen. Ah, das klappt auch einfach perfekt. So will ich das haben. Eine Folge, die von Anfang bis... ...hinten schön funktioniert. Dann holen wir nachher noch die Silagebänder... ...Äh, Silagegerät. Ne, die Foliere ist das. Ich glaube, das heißt ja Foliere, glaube ich. Jetzt wird bloß ein Silagebänder verpackt. So, wir werden mal entspannen, wann Formel 1 rauskommt. Gestern sollte ja eigentlich ein Trailer rauskommen, aber... Ich glaube, nicht nur ich habe vergeblich darauf gewartet, sondern ziemlich viele Leute haben darauf gewartet. Schade eigentlich, weil es hieß eigentlich am 19. Mai... ...heute ist der 20. Also ist schon schade irgendwie. Also heute werden wir definitiv mal richtig vorproduzieren. Heute habe ich richtig Lust auf ein paar Videos. Und dann werden wir... ...ja, ich denke mal so 5, 6 Videos zusammenstelle aufnehmen, ganz gemütlich. Vielleicht sogar noch eine... ...eine Mission machen. Na komm, wird voll. Jetzt machen wir erstmal die Mission fertig. Dann kommt die nächste Mission. Ja, eigentlich wollte ich das ein bisschen anders machen, aber na gut, egal. Gehen wir halt hier durch. Hier die Reste noch auf. Da hinten sehe ich gerade was. Wenn nicht, dass es dann daran scheitert, die Mission abzuschließen. Das habe ich, glaube ich, mal im LS... Boah, was für alles habe ich denn das gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Da muss man, ich glaube, bei Mäharbeiten oder was das war. War das nur der LS19? Was so richtig blöd war, wenn man ganz kleine Stückchen Mäharbeiten nicht gemacht hat. Was, glaube ich, dann direkt die Mission gar nicht abzuschließen ging. Wenn ich mich nicht täusche. Also, bin ich mir nicht ganz sicher. Kann natürlich auch falsch liegen, aber... ...ich glaube ja. Es war dann so richtig ärgerlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier ist. zentral. Wie das... Was muss ich fertig haben, was nicht. Und hier ist auch noch eine Bahn. Dann werden wir die jetzt gleich mal als nächstes machen. Ach, nee, komm. Dann nehmen wir die hier. Dann nehmen wir das mit. Sehr schön. So. Dann nehmen wir dich jetzt noch mit. Zack. Jetzt habe ich aber hier ein... ...einen Schmanz zusammengefahren. Das muss ja langsam passen, dann. Ioii. Oh, 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 oh. Kleiner Schaden. Ja, piepst doch weiter. Das wollen wir doch alle hören. Dann haben wir die kleine Bahn hier noch. So. Na, komm, Fühlstand, was ist los? Jetzt. Nee, oh, not. Komm. Oh, not. Ah, jetzt, Alter. Das kleine Ding hier. So. Dann nehmen wir das da hinten noch mit. Dann fahren wir noch die Bahn. Und dann haben wir es schon geschafft. Mein Gott. Ruckzuck. Ich hoffe eigentlich, dass man die Mission in der Folge... ...möchte ich eigentlich, äh... ...noch beenden. Und der nächsten... ...einig... Nee, das schafft man, glaube ich, locker. Ich glaube, das schafft man locker, das fertig zu machen. So, ich glaube, ich lasse das Gerät aber mal hier liegen. Nicht, dass wir wirklich noch irgendwie was zusammen sammeln müssen. Aber ich glaube, da kriegt man keinen Großartikel. Da können Ballen mehr raus. Vielleicht noch hier, aber... Ah, einen kriegt man noch. Einer kommt noch. Einer kommt noch. Okay. Ja gut, das ist ja egal jetzt. So. Dann werden wir natürlich mal hochheben. Müssen wir das Gerät zusammenklappen? Nee, schau. Aber ausschalten müssen wir es. Ist es jetzt ausgeschaltet? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. So, dann müssen wir mal nach Hause. Ah, ich brauche um mit dem... ...ja, bla bla bla. Dass ich da besser rumschauen kann. So. Uh, da kommt einer entgegen. Was haben wir jetzt echt? Also, das ging ganz perfekt. Das ging schon wieder fast zu gut. Oh, so. Ui, 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 ui. So, komm, dich. Park mal nur schnell. Oh, mein Stuhl rutscht hier Dann weg. Ich brauche unbedingt einen Stuhl, wo ich mal festmachen kann hier unten. So. So, ich glaube, nein, ja, und kann. So. Das sieht doch alles mal sehr, sehr, sehr nice aus. Ah, dass die Leute auch hier immer so scheiß parken müssen. Das ist echt... Du wanderst auch den ganzen Tag hin und her. Aus deinem Geschwister, oder? So. Schön mit 42 kmh durch die Ortschaft. Ist ja erlaubt. Ist ja erlaubt. 50 kmh ist erlaubt. Hier auch 50 kmh. Gut rüber gehen. Perfekt. Hier, schau mal. Oh, wie er zieht. Ah, hier können wir sogar 100 kmh fahren, was wir dann mal schaffen. So. Oh, jetzt habe ich wieder genau den falschen Knopf drückt. Linker wollte ich reinhauen. Was für Knopf verwische ich denn da eigentlich immer? Keine Ahnung. Ja, komm. Denke aus jetzt hier. So. Einmal rum herum. Bidi bumm. Ich stelle mal gleich hier ab. So. Aussteigen. Äh, abkuppeln. Zack. Wunder. Ah, das sieht auch gar nicht schlecht aus, gell, der Walter. Aber das wäre jetzt nichts für mich. So. Sudli, Sudle. Sudli, Sudle. Wie weit noch? Das muss passen. Ja, passt so. Äh, ein bisschen, dass ich noch weiter anfangen kann. Ähm. Ich glaube, da ist alles schon drauf. Da müsste ich, glaube ich, nichts mehr machen. Ja, passt. So. Zusammengeklappt ist es ja auch, oder? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das hinstellen und... So. Und... Da hinstellen und aus... Äh... Nicht transportbereit hinstellen. Glaube ich jetzt kaum. Ein Kilometer schrauben wir heute wieder drauf. Mei, ja, mei, mei, mei. Aber die ist echt schön, die Rebach. Schön zu fahren. Fällt mir hier so die kleinen Details und alles. Die Autos, dass die hier stehen. Geil wäre natürlich, wenn die immer mal wieder anders bohren. Aber das geht, glaube ich, nicht. Oder war der vorhin auch da gestanden? Da hier? Hä? Waren da vorhin zwei Autos gestanden? Also der steht hier, glaube ich, immer. Man muss jetzt echt mal gucken, ob da die gelbe Ente da schon ganze Zeit steht. Wäre natürlich... Äh, das wäre natürlich mega. Wenn die immer wieder anders... Das... Einzelfirmen, okay. So. Waren wir mal so schnell hin. Dass wir hier... Ah, so können wir besser reingucken. Guck an. So. Perfekto mio. Wenn wir schön mit der Maus mitgehen, dann kann ich immer so schön... Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, komm. Das... Das ziehen wir durch. So, jetzt einmal nach hinten schauen. Ausklappen. Ah, okay. So, da müsste jetzt doch... Anschalten, glaube ich, brauchen wir den nicht. Macht den, glaube ich, automatisch. Wo habe ich denn jetzt das Ding? Hier. So. So. Wollen wir das hier irgendwo sehen? Nein. Das müsste eigentlich so klappen, oder? Gut. Hallo? Hallo? Wahrscheinlich das Bett. Okay. Dann muss ich selber nur weg. Ach, das schafft man ja locker noch in diesem Video, die noch einzufahren. Können wir nachher gleich mal schauen. Wo wir die da hinbringen müssten. So, wohin muss ich die bringen? Und zwar... Viehhantel. Okay. Müssen wir gleich mal schauen, wo der Viehhantel ist. Äh, was ist denn... Jetzt. Was ist denn der Viehhantel? Ich glaube, da. Okay. Das passt doch. So. Kriegen wir dich mit drauf, oder? Ja. Okay. Passt. So. Fahren wir da mal so hin. Wie fahren wir denn am besten genauso zurück? Ja, das ist doch... Das passt wie Arsch auf einmal. Ums, das bin ja ans Mikro rein. Ja, dass mir das Mikro wieder abkackt, so wie das letzte Mal. Oh, war das ein... Wie wisst ihr? Das hat mir gar nicht so gefallen. Warum... Warum möchtest du nicht genommen werden? Jetzt da. Wo ist die nächste Bahn? So. Da war ich... Da 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 da... So. 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 Ja, so viele Balzen sind es gar nicht mehr. Na, warum greifst du dir denn nicht? Was ist denn da los? Der muss näher zu mir. Ah, okay. Schnee, verstehe. Oh, das sieht richtig gut aus, die Balzen. Oh, gefällt mir, gefällt mir. So. Aber schon einiges liegen lassen, gell? Von Gras. Oh, so ein bisschen aufrichten würde. So, Ballen weg. Der nächste Ball. Ja, das ist hier wie ein... Wie ein Uhrwerk funktioniert es. Aber ich glaube... Ne, komm. Das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir durch. Das bisschen hier noch. Fluppi-dupp. Geht doch. So. So. Oder? Ne, komm. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Gut, da bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.